Wochenhoroskop für die aufgeweckten Zwillinge vom 4.12. bis 10.12. Hallo liebe Zwillinge, es erwartet euch eine Woche voller Spannung und Inspiration. Schaut mal, was die Sterne für euch bereithalten. Günstige Sterne sind die Sonne im Oppositionsmodus und Mars ebenfalls in Opposition. Auf der etwas kritischen Seite tanzen Neptun im Quadrat und Saturn im Quadrat. Die Sonne und Mars stehen diese Woche in einer intensiven Opposition zu euren Zeichen. Das klingt vielleicht nach kosmischer Wrestling-Show, ist aber tatsächlich inspirierend und aufregend zugleich. Unter diesem Einfluss eröffnen sich plötzlich neue und ungeahnte Möglichkeiten in eurem Leben. Doch hier ist der Clou, ihr müsst den Mut zum Risiko zeigen. Die Chancen sind zu gut, um sie einfach vorbeiziehen zu lassen. Die Sonne und Mars geben euch diese Woche Rückenwind und machen euch insgesamt locker und kontaktfreudig. Ihr seid gerne unterwegs, ständig auf Achse und erfüllt dabei instinktiv euren kosmischen Auftrag. Freut euch auf glückliche Fügungen, aber seid bereit, die Chancen zu ergreifen, die euch geboten werden, liebe Zwillinge. Ich sehe das trotzdem gut. Haben euch einEXvel erstes?